Hallo Hacking Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal SubwayZet und ja heute gibt es wieder mal ein Let's Hack in der Minecraft Windows 10 Edition aber heute wie ihr vielleicht schon jetzt seht mit einem neuen meiner Ansicht nach dem krassesten Hack für die Windows 10 Edition und der ist halt echt lit man sieht hier auch schon den ESP und so weiter und jetzt in der ersten Runde möchte ich ihn euch erstmal so auf Cello zeigen der Hack ist übrigens privat er wurde früher mal um 30 Euro Lifetime glaube ich verkauft aber ja jetzt wird er nicht mehr verkauft also ESP ist schon mal da ne nice und äh ist aber halt auch eben extern also hier habt ihr dann zickzack das Fenster da und da gibt es dann viele Einstellungen hier auch eben die Color und so weiter äh wunderschön wunderbar und ja ihr könnt damit äh gemütlich natürlich rumfliegen und äh man kann das Ganze auch ziemlich übertreiben indem man es mal so macht ne aber da ups ups äh ja gut ne das äh das das wollen wir glaube ja gut äh das wollen wir glaube ich eher weniger ähm ja das passiert dann ne äh so da sind wir wieder in der neuen Runde jetzt nachdem ich euch das Ganze ein bisschen ja geshowcased hab ähm übertreiben solltet äh sollte man das nicht ähm jo aber die Kill Aura ja die ist hier natürlich auch dabei im Client die könnt ihr selbstverständlich auch umstellen bzw ich weil ja den Hack gibt es leider nicht mehr aber ich werde mich bemühen einen ähnlichen Hack für euch zu finden ja und hier gibt es auch ne Multi Aura alles also das ist schon wie so ein richtiger Minecraft Client also das finde ich verdammt lit und ja ich glaube ich gewinne die Runde jetzt erstmal gemütlich ne der Fly ist jetzt äh selbstverständlich auch äh ja bisschen angenehmer eingestellt wieder so was tue ich hier ah doch kann ich schon durchfliegen dachte mir grad schon so okay Kill Aura auf jeden Fall on fleek die funktioniert glaube ich äh auf so zwölf Blöcke ich meine man kann es eh sehen und ja der letzte Gegner ist da glaube ich oder ist das mein Teammate äh ja mal sehen okay ist mein Teammate ja hatte ich hatte ich wohl recht äh dann äh kommt der gute Mann nochmal hierher zack und weg ist er so und ja jetzt glaube ich noch ne äh ja gemütliche Bedwars Runde das das wär's oder so da sind wir wieder und für die Leute die sich fragen was das für ein Server ist ja das ist der in PvP Server äh ja da hab ich eigentlich auch schon im letzten Pocket Edition bzw. Windows 10 Edition Let's Hack gehackt und ja das ist ein sehr guter Server zum Hacken hier in dieser Edition oh der ist doch noch am Leben schnell weg mit dem nur die Sache ist die ich glaub das Creative Inventory das ich da letztens gezeigt hab das wurde mittlerweile schon gepatcht falls ich mich nicht täusche ich hab's danach nicht wirklich probiert aber so viel ich mitbekommen habe ist es glaube ich schon gepatcht was ist was ist da gerade passiert bin ich gestorben warte mal stirbt man kann man dann Volldamage sterben ja kann man okay das ist jetzt auch mal gut zu wissen ist mir davor hier noch nicht passiert auf äh in diesem Modus und ja genau ich wollte euch auch noch den Scaffold zeigen warte was okay die respawnen trotzdem obwohl man sie äh Nagenbett abbauen killt ähm was ich euch zeigen wollte ist ja das Scaffold oh mein Gott alter was ist denn das hier eine Versammlung oder was weg mit dem so also ihr könnt ihr einfach X anmachen so zack und das geht auch mit Sprinten ne und dann hat man einfach einen Scaffold also ja ganz normal wie in der äh normalen Java Edition hier mit dem hacken würde ich mal so behaupten so respawn die natürlich respawn die ne wunderbar kann ich sie halt nochmal töten so die sind gleich auch weg vom Fenster oh hell no die haben das zugebaut man das ist äh wieder mal echt AIDS ist das mein Team ne ok schnellstens etwas ey ja alles klar ne oh Junge das ist so AIDS so ich habe mich jetzt hier auf Chilo equipped damit ich diese AIDS Betten endlich zerstören kann und dafür werde ich wohl erst mal hier das ganze Team umbauen mit dem wunderschönen mit dem wunderschönen Equip das die da haben direkt ein zweites mal dass die mir jetzt nicht am Sack gehen selbstverständlich so oh hell now ist das dein Ernst ist das dein scheiß Ernst was haben die da oh Junge ey verpissen sollen die sich ey das ist so AIDS hier mit dem respawn ohne Witz alter Digga das kannst du nicht machen ey ich schwach das so aus alter ne einfach nein einfach nein nein das ist so lächerlich alter so ich werde dir jetzt einfach die ganze Zeit Spawn trappen so sieht's aus ne ich stelle mich da jetzt in mir reicht's so viel Spaß noch die Herren das könnt ihr das das mache mache ich jetzt so lange bis die lieben fertig so endlich alter endlich oh man alter hat das lange gedauert bis sich die kleinen Kinder da verpissen oh Junge 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 so tschüss und weg vielen Dank ja gut ich hoffe das Let's Hack hat euch gefallen wenn ja dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ja tschüss und bis zum nächsten Mal mal